Ganz herzlich willkommen zum vierten EduTalk der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Claim dieses Projektes ist ja digitale Bildung in der Praxis und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Storytelling, Geschichte und Geschichten packend, zeitgemäß, gut erzählen. Mein Name ist Miriam Menzel, ich werde heute den EduTalk moderieren. Ansonsten bin ich Redaktionsleitung beim Projekt Werkstatt bpb.de. Sie sehen es auch im Hintergrund hinter mir, ein Hinweis auf dieses Projekt. Und mein Gast heute ist Professor Dr. Marlies Prinzing von der Makromedia Hochschule in Köln. Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet sind jetzt. Wir haben mit schon vor einigen Wochen ein Interview geführt zwischen Sensation und Seriosität, auf das ich heute nochmal an der einen oder anderen Stelle zurückkommen werde. Ich habe auch schon einen Link hier im Chatraum hinterlegt, den ich gleich nochmal zeigen werde. Frau Prinzing, Sie sind Journalistik-Professorin, Sie sind Moderatorin, Buchautorin, Herausgeberin einer Praxishandbuchreihe mit dem Titel Journalismusatelier. Sie sind Expertin für Unternehmenskommunikation, engagieren sich für Qualität im Journalismus, für eine bestimmte Berufsethik. Ich würde Ihnen jetzt nochmal gerne Zeit geben, sich kurz selbst vorzustellen. Vielleicht mit der Zuspitzung, wo sehen Sie selbst Anknüpfungspunkte für unser Thema Storytelling in Ihrer eigenen Berufsbiografie? Zunächst ganz herzlichen Dank für diese Einführung, Frau Menzel und natürlich auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Sie haben ja bereits einige Meilensteine auf meinem Werdegang gesagt und für mich ist beispielsweise jetzt im Bereich des Journalismus das porträthafte Erzählen ein ganz wesentlicher Bereich gewesen. Also eine Geschichte eines Lebens zu erzählen und ich habe als Journalistin sehr viele Porträts gemacht und unter anderem habe ich auch ein Porträt gemacht von einem turbinischen Erzähler, Gaisan Chinak und das war mit so ein Punkt, der mir nochmals ganz anders deutlich gemacht hat, wie wichtig und wie zentral Erzähltechnik sein kann, um zu vermitteln. Ich muss das ein ganz kleines bisschen erklären. Gaisan Chinak ist ein mongolischer Nomadenhäuptling und er stammt aus einem turbinischen Volk im Hohen Altai, in dem es keine Schrift gibt. Das heißt also alles vermitteln, alles tradieren erfolgt über Geschichten. Und das heißt aber auch, ich muss in dem Moment, in dem mir etwas erzählt wird, dann so präsent sein, weil ich kann es ja gar nicht nachlesen. Ich muss dann präsent sein und umgekehrt muss ich auch als Erzählender in der Lage sein, so zu erzählen, dass es andere dann auch sich merken können. Gaisan Chinak selber ist dann später Schriftsteller geworden, unter anderem Schriftsteller geworden, auch Schamane, auch Journalist. Aber er hat sich die Schrift angeeignet. Aber dieses bildhafte Schreiben, das hat er sich erhalten. Und das finde ich ist etwas, da wo man sehr viel auch für die Bildungsarbeit, aber auch für die journalistische Arbeit daraus profitieren und daraus lernen kann, dass man in einfachen Bildern komplexe Zusammenhänge erklärt und erzählt. Und das war für mich ein Punkt eben zu sagen, dass für mich auch das Storytelling im Journalismus, noch mehr Bedeutung gewonnen hat, als das vorher schon der Fall war. Ich habe auch gesehen, ich habe ja schon erwähnt, diese Praxishandbuchreihe Journalismusatelier. Da gibt es ja zum Beispiel auch einen Band, der sich zumindest mit der Story befasst. Haben Sie vielleicht noch weitere Beispiele, wo Sie sich mit dem Storytelling, vielleicht auch mit ganz neuen Ausprägungen, einem neuen Hype um das Storytelling befasst haben in jüngster Zeit? Also dieser Band, die Kunst der Story, der ist gerade in Vorbereitung. Da kommt sehr vieles drin vor, was aktuell von Interesse ist. Also ob es jetzt um Dramaturgie geht, basierend auf klassischen Fertigkeiten, aber umgesetzt ins Digitale. Ob es eben auch um einen Einblick geht in einen Art digitalen Baumarkt. Ich habe da auch noch ein paar Links zu verschiedenen Möglichkeiten, digital eine Geschichte zu gestalten, vorbereitet, der dann ja auch auf der Website zur Verfügung gestellt werden kann. Also in diesem Band, da steckt einiges drin. Da stecken auch ein paar Praxisberichte drin über aktuelle Storytellings. Eines der ersten deutschen Projekte beispielsweise, eines des Jonathan Sachse, der jetzt bei Korrektiv ist, aber damals noch vor Zeit online gearbeitet hat, über die Tour de France gemacht hat, anlässlich von 100 Jahren Tour de France. Also Werkstattberichte verbunden mit Werkstatt, ja zum Selbermachen und verbunden aber auch mit dem, was wir so aus dem klassischen Bereich, aus dem Storytelling benötigen können. Sie haben dann noch nach neuartigen Dingen gefragt. Also da ist es so, dass ich eben auch daran interessiert bin, an dem forschenden Blick auf das Geschichtenerzählern und da auch gemeinsam mit einem Kollegen, einem Kollegen, der jetzt vor allen Dingen die Designperspektive reinbringt, ein Projekt gemacht habe, das ja ein paar ganz wesentliche Ergebnisse geliefert hat. Eines davon ist das, dass ganz offenbar das Publikum sehr, sehr stark interessiert ist an gut gestalteten Geschichten. Und dass im Journalismus bislang es nach wie vor so ist, dass man die Gestaltung vor, ja nachgeordnet betrachtet und die Autorenfigur immer noch in den Vordergrund stellt. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man eigentlich auch gerade beim Geschichtenerzählern diesen Blick über den Tellerrand hinaus sehr, sehr gut benötigen kann und daraus für alle Seiten nur profitieren kann. Ja, Sie haben da schon einige schöne Anknüpfungspunkte geliefert. Für alle, die sich jetzt gerade noch eingeschaltet haben, wir sind hier noch im ersten Punkt unseres EduTalks Begrüßung und Vorstellung. Frau Prinzing, Professorin an der Makromedia Hochschule Köln, hat uns schon gerade erklärt, wo es in Ihrer spannenden Berufsbiografie Anknüpfungspunkte an das Thema unseres EduTalks Storytelling gibt. Uns geht es heute darum, Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten auch mit Leuten aus dem Designbereich zusammen und beschäftigen sich so mit Fragen wie Gestaltung und Storytelling zusammengehen. Uns soll es heute auch darum gehen, was können Bildner, Bildnerinnen vom Journalismus lernen? Sind es bestimmte Themen, Formate, Standards, Vorgehensweisen, die wir übernehmen könnten, insbesondere in der historisch-politischen Bildung? Ich möchte aber, bevor wir tiefer inhaltlich einsteigen, noch einiges zum Vorgehen hier im EduTalk sagen. Was so unsere fünf großen Themenschwerpunkte sind, sehen Sie in der Mitte unter der Überschrift Agenda. Da sehen Sie also einmal, wir sind noch mit in der Begrüßung und Vorstellung. Gleich werde ich Frau Prinzing noch mal Raum geben, fünf Thesen in fünf Minuten zu formulieren oder das auf den Tisch zu packen, was sie besonders stark bewegt. Wir sind da gerade schon so ein bisschen eingestiegen. Dann unter der Überschrift Eine für alle oder Eine für alles wollen wir gerade noch mal darauf eingehen. Storytelling hat eine ganz besondere Bedeutung, erlebt gerade einen besonderen Hype im Journalismus. Was können wir daraus für den Bildungsbereich ableiten? Gibt es Dinge, wo der Bildungsbereich vielleicht auch sagen muss, gut, das funktioniert jetzt im Journalismus, aber bei uns würde das nicht so funktionieren? Im dritten Bereich, so geht das, wollen wir einige Userfragen aufgreifen, die uns bereits erreicht haben. Alle sind auch herzlich eingeladen, hier im Chat auf der rechten Seite weitere Userfragen einzureichen. Auch auf Twitter können uns noch Fragen geschickt werden oder Kommentare, die wir versuchen, zusammen mit meiner Kollegin Lisa Schank, die auch an einem Rechner sitzt und das alles mitverfolgt, hier in die Diskussion reinzureichen. Also immer gerne noch Kommentare, noch Fragen einreichen. Im nächsten Teil, der hier steht, los geht's, würde ich Frau Prinzing auch noch mal gern Raum geben, so drei bis fünf Tipps vielleicht für Anfängerinnen im Erzählbereich, also besonders für Bildenderinnen, Lehrende, vielleicht drei Links, vielleicht eine Übung, uns mit auf den Weg zu geben und dann haben wir noch Zeit für ein kurzes Fazit und einen Ausblick. Und damit wir das alles in einer Stunde schaffen, würde ich gern in den ersten Themenblock starten, vielleicht noch mit dem Hinweis, ich habe das auch schon hier rechts in den Chat geschrieben, Es gibt ein Hashtag zum EduTalk, der ist EduTalk2015, den finden Sie hier auch schon auf der rechten Seite zum Chat. Dort hat auch meine Kollegin Lisa Schank schon erste Informationen nachgereicht zum erwähnten Galsan Jinak. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Genau. Alle anderen User sind, wie gesagt, auch herzlich eingeladen, dort Links mit einzureichen, die zum Thema unseres EduTalks passen. Genau. In der Hoffnung, jetzt nichts Wichtiges vergessen zu haben. Ach so, rechts oben finden Sie auch den Hinweis, dass der Webvortrag aufgezeichnet wird. Das heißt, dieser Webtalk wird später auch auf werkstattwpb.de noch einmal zur Verfügung gestellt in der Aufzeichnung. Genau. Dann würde ich gern in den ersten Themenblock einsteigen, fünf Thesen in fünf Minuten. Oder ich hatte Ihnen das in der Vorkommunikation auch unter dem Titel auf den Tisch gepackt. Nochmal die Möglichkeit geben, Frau Prinzing. Ich hatte es auch vorhin schon erwähnt, wir haben ja schon ein Interview geführt, ein 20-minütiges Audio-Interview mit Ihnen zum Thema Zwischenseriosität und Sensation. Was sind für Sie so fünf wichtige Thesen? Warum beschäftigen Sie sich mit Storytelling? Was sagen Sie, was muss eigentlich momentan uns beschäftigen? Und uns, meine ich jetzt, sowohl aus dem journalistischen Bereich kommt, als auch Bildnerinnen, die sich für das gute zeitgemäße Erzählen von Geschichte und Geschichten interessieren. Ja, bevor ich auf die fünf Kernpunkte zu sprechen komme, möchte ich noch drei Beobachtungen voranstellen. Beobachtung eins, Storytelling ist im Trend. Das ist ja auch mit der Anlass, weshalb wir hier diesen Talk führen. Dazu ein paar Beispiele. Also die Neue Zürcher Zeitung hat sich beispielsweise mit dem Multimedia-Stück Fukushima Anfang 2013 als eines der ersten Medienhäuser im deutschsprachigen Raum diesem multimedialen Storytelling ganz bewusst zugewendet und hat jetzt diesen Sommer als auch eines der ersten Medienhäuser ein festes Storytelling-Team unter der Leitung von David Bauer installiert. Und das Besondere daran ist, dass in diesem Team dann Infografikexperten arbeiten, Datenjournalisten, Interactive Designer, Frontend-Entwickler und natürlich dann auch klassische Journalisten. Und die sollen also da auch digitale und visuelle Erzählformen entwickeln, nicht nur für Vorzeigegeschichten, sondern einfach auch für den journalistischen Alltag. Und ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Richtung ist, dass das Suchmaschinenunternehmen Google auch dieses Jahr im Sommer ein News Lab eröffnet hat, wo Journalisten, wo aber auch Publisher einen ganzen wirklich Krämerladen voller Tools und Tutorials fürs Storytelling finden können, aber eben auch Best-Practice-Beispiele, beispielsweise zum Spezialaspekt Data und so weiter und so fort. Also das sind alles so Zeichen, dass Storytelling sehr, sehr stark im Trend ist für diese Beobachtung. Beobachtung Nummer zwei, mit Storytelling lässt sich sehr gut hohe Aufmerksamkeit erreichen, und zwar sowohl ökonomisch als auch als Innovationstreiber. Ein Beispiel für diese hohe Aufmerksamkeit liefert das amerikanische Gratismagazin mit Website wise.com, das auch hierzulande wirklich sehr erfolgreich ist. Also die gegenwärtige Auflage in Deutschland wird mit, allein für die gedruckte Ausgabe, wird mit 100.000 Exemplaren angegeben. Wise.com erscheint insgesamt in 17 Sprachen und macht vor allen Dingen seinen Erfolg über sogenannten Gonzo-Journalismus, also einen sehr stark meinungs- und ichbezogenen Erzähljournalismus, der die Grenze zur Fiktion recht häufig überschreitet. Und wie gesagt, das ist etwas, womit wise.com auch ökonomisch sehr erfolgreich ist. Ein anderes Beispiel der speziellen Art ist der Online-Podcast Serial. Da hat eine amerikanische Journalistin im Herbst vergangenen Jahres ihr Publikum mitgenommen auf die Spuren eines 15 Jahre zurückliegenden Mordfalls an einer 17-Jährigen. Sie hat alle miträtseln lassen, was denn eigentlich da Sache gewesen sein könnte, hat Briefe, hat Aufnahmen aus Verhandlungen ins Netz gestellt, Timelines etc. Und hat im Grunde genommen eine Geschichte wie einen Grimi erzählt und damit sehr viel Zuspruch erhalten. Und dann schließlich noch ein drittes Beispiel, das jetzt vor allen Dingen illustriert, inwiefern Storytelling auch ein Innovationstreiber und darüber Aufmerksamkeit erreichen kann über diesen innovativen Gehalt, ist das Projekt NetWars. Das ist eine interaktive dokumentarische Webserie, unter anderem von ZDF, von Arte, von Heise und von Filmtank. Und die haben im Mai dieses Jahres auch den Krimi Online Award bekommen, unter anderem, weil hier eine Verbindung da ist. Also NetWars hat ein Konzept, wo fünf Episoden praktisch einen drohenden Cyberkrieg schildern, bereits erfolgte Attacken und Fiktion mit journalistisch recherchierten Tatsachen kombinieren. Es gibt frei ansteuerbare Dossiers, es gibt Experteninterviews, es gibt aber auch einen linearen Erzählstrang, wie bei einer klassischen moderierten Dokumentation und was die Jury des Krimi Online Awards vor allen Dingen gerühmt hat, war, dass da einfach der Nutzer eine ganz zentrale Rolle eingenommen hat innerhalb dieser Erzählung. Er kann also eigene Antworten finden, beispielsweise darauf, ob er die Attacke auf das interne Datennetz des Deutschen Bundestags als ein Zeichen interpretiert, dass man eben schon mitten in einem solchen Cyberkrieg stehe. Und er wird auch beispielsweise mit seinem eigenen digitalen Fingerabdruck konfrontiert. Und eine dritte Beobachtung eben, dass Storytelling Chancen eröffnet, dass es aber auch Risiken birgt und dass es weit mehr ist als eine Mode. Das heißt, das, was wir jetzt hier heute besprechen, ist etwas, das jetzt nicht einfach mal so ein Trend ist, sondern das ist weit mehr als dieses. Und damit bin ich bei meinen fünf Kernpunkten. Kernpunkt eins, Storytelling ist erstens eine Strategie zur Komplexitätsreduktion und damit eben eine Strategie zum Erfüllen einer journalistischen Kernaufgabe. Wohlgemerkt eine von mehreren möglichen Strategien. Und dieses Werkstattinterview, das wir geführt haben, will eben die Debatte darüber anregen, indem es auf kritische Punkte eingeht. Also es kann ja auch zu viel Komplexitätsreduktion passieren, zu viel Sensationsorientierung passieren. Punkt zwei, Erzähljournalismus ist nichts Neues, aber durch die digitalen Techniken hat das Storytelling an einem unglaublich Variantenreichtum gewonnen. Und diese Vielzahl wirklich gut zugänglicher Instrumente erleichtert auch den Einstieg. Nachher wollen wir ja auch noch anschauen, wo einige besonders nützliche zu finden sind und wie man mit ihnen relativ rasch und ganz solide auch Geschichten erzählen kann. Das zeigt aber auch, dass man aus der klassischen Erzähldramaturgie profitieren kann. Also man sollte sich nicht jetzt vorstellen, dass da jetzt wirklich das komplette Rad neu erfunden wird, sondern es sind einfach neue Varianten, die sich jetzt eröffnen. Punkt drei, Storytelling ist ein Weg, um das Publikum außerordentlich intensiv anzusprechen, um das Publikum in nochmals anderer Weise zu berühren, es auch aufzuwühlen, es auch zu bewegen und zur Interaktion anzustacheln. Und das ist eben gerade auch wiederum durch diese technischen Möglichkeiten weit einfacher, als es vorher der Fall war. Punkt vier, Storytelling ist eine Möglichkeit, einen guten, einen rentablen, einen relevanten Journalismus zu betreiben. Aber, das sei wirklich nochmals betont, Storytelling ist kein Königsweg, es ist eine Möglichkeit. Und daran schließlich knüpft sich auch der fünfte Punkt an. Storytelling ist auch als ein Konzept, nicht einfach immer das Richtige, der differenzierte und der kritische Blick, insbesondere auch des Publikums und des Haupterzählers, ist wichtig. Also er hilft einfach Anzeichen, eben der vorher bereits kurz angesprochenen, zu großen Vereinfachung zu erkennen. Und dafür ist eben Selbstreflexion ganz wichtig. Also ich muss mich immer selber fragen, warum erzähle ich eigentlich eine Geschichte? Weil sie relevant ist oder weil sie leicht zu erzählen ist, weil sie leicht zugänglich ist? Und zweite Kernfrage dann, wie erzähle ich sie? Wen lasse ich denn eigentlich zu Wort kommen? Wen nicht? Vereinfahre ich zu sehr? Inszeniere ich? Manipuliere ich? Das sind so Fragen aus dem Bereich der Selbstreflexion, die in diesem fünften Punkt eine große Rolle spielen, dass es nicht einfach immer nur das Richtige ist, sondern dass es wirklich darauf ankommt, wie man es denn macht. Ja, Frau Prinzing, vielen Dank. Ich wollte schon Zwischenfragen, war aber zum Glück stumm geschaltet und versuche jetzt sozusagen einige schon sehr spannende Punkte gleich mal in unserem zweiten Themenbereich aufzunehmen, aufzunehmen, der also heißt eine für alle, eine für alles. Sie haben dem natürlich schon den Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen und sehr deutlich gemacht, Storytelling ist kein Königsweg, sondern nur eine Möglichkeit, eine Variante von vielen Erzählungen. Es gibt sicherlich vieles, was wir jetzt besprechen können, auch die, die sich jetzt eingeschaltet haben, seien noch mal ganz herzlich eingeladen, Fragen, Kommentare, die Ihnen zu dem kommen, was ich sage oder zu was Frau Prinzing sagt, einfach im Chat rechts mit reinzugeben. Ich habe mir mal so als erste Frage notiert, Frau Prinzing, Sie haben gerade deutlich gemacht durch Ihre Beispiele, das NZZ-Team, was Sie gesagt haben, was besteht aus festen Grafikern, Programmierern, dass es große Lernlabs gibt, die da entstehen. Sie sagen, Storytelling ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber das jetzt für jemanden wie mich, der eher aus dem Bildungsbereich kommt, klingt das natürlich nach viel Aufwand und wir wollen ja heute auch abklären, was kann der Bildungsbereich vom Journalismus lernen. Sehen Sie da schon erste Grenzen oder auch Übertragungsmöglichkeiten? Braucht es immer ein riesiges, festes Team, die neueste, Soft- und Hardware? Was könnten Sie da noch mal hinzufügen? Es gibt eine unglaubliche Bandbreite. Das erklärt sich auch daraus, dass ich vorhin gesagt habe, wir müssen deswegen überhaupt nicht die klassischen Erzähltechniken aufgeben, sondern es geht darum, sie bewusster zu nutzen. Man kann auch ganz kleine Geschichten erzählen, ganz einfachen digitalen Werkzeugen ganz kleine Geschichten erzählen. Man kann sie auch komplett und nach wie vor ohne digitale Werkzeuge erzählen. Das wäre ja schrecklich, wenn man praktisch nur noch erzählen könnte, wenn man online ist. Im Grunde genommen ist es ja andersrum. Das, was uns jetzt neuen Werkzeugen zur Verfügung steht, ist etwas, was einen vielleicht noch mehr motivieren kann, diese uralte Erzähltechnik dann einfach anzunehmen. Das führt auch ein Stück weit nochmals an den Anfang zurück. Also wenn man sich vorstellt, dieses Beispiel Gaisan Chinak, das stammt ja eigentlich aus einer sehr archaischen Gesellschaftsstruktur und führt auch darauf zurück, dass Menschen schon immer sich viele Dinge über Erzählern vermittelt haben. Und dieses Verb vermitteln, das ist ja etwas, was gerade den Bildungsbereich und den Journalismus doch sehr stark miteinander verbindet. Wir wollen doch in beiden Bereichen vor allen Dingen vermitteln und das kann natürlich sehr, sehr gut über Geschichten, in denen ich Wissen verankern kann, passieren. Und einen Unterschied kann es vielleicht darin geben, dass der Journalismus natürlich viel stärker darauf angewiesen ist, nun wirklich im Bereich des Non-Fiktionalen zu bleiben. Wenn im Journalismus Fiktion mit reinkommt, dann eigentlich nur, um etwas, was wirklich passiert ist, sozusagen durch eine Szene dann nochmals zu illustrieren, wenn ich es nicht echt zeigen kann. Und das muss dann aber auch transparent gemacht werden. Hingegen kann ich ja im Bildungsbereich viel stärker dann auch mit fiktionalen Geschichten arbeiten, die jetzt nicht einen dokumentarischen Kern haben müssen. Also ich habe da ein Stück weit im Bildungsbereich etwas mehr Freiheiten, was eben die Wirklichkeitsnähe anlangt und die Konstruktionsmöglichkeiten anlangt, als im Bildungsbereich. Das ist vielleicht so ein Unterschied, den man machen kann. Also erstmal nochmal von Ihnen ein ganz großes Plädoyer an alle, auch an die Lehrenden und Bildnerinnen, die sich jetzt hier gerade eingeschaltet haben, auch bei weniger verfügbaren Mitteln. Sie haben kein Team von Grafikern und Programmierern um sich. Und trotzdem ist unser Thema beim heutigen EduTalk auch ein Thema für Sie. Ich möchte nochmal einen halben Schritt zurückspringen, Frau Prinzing. Sie haben in dem Interview, was ich schon erwähnt habe, zwischen Sensation und Seriosität, ich hoffe, ich verdrehe den Titel nicht, aber den Link schicke ich Ihnen auch gleich nochmal rum hier, schon sehr in einer Antwort kenntlich gemacht, was für Sie Storytelling ist. Damit wir uns trotzdem vielleicht nochmal am Anfang verständigen, vielleicht mal umgedreht, die Frage, was ist Storytelling nicht für Sie? Und Sie können das aber auch gerne in der positiven Form beantworten. Woran denken Sie? Sie haben ja schon in Beispielen heute sehr deutlich gemacht, dass es für Sie auch viel um online-journalistische Formate geht. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen fester zuchen. Worüber reden wir heute eigentlich? Wir reden darüber, dass man über Erzählweisen bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Fakten, bestimmte Gefühle vermitteln kann. Und Storytelling ist für mich nicht Effekthascherei und Storytelling ist für mich nicht etwas, mit dem man vor allen Dingen Show produzieren kann. Das war ja ein ganz großer Punkt auch in unserem Interview, also Geschichten à la zweijähriges Kind vom Krokodil verschluckt. Da haben Sie sich also ganz stark von abgegrenzt. Vielleicht nochmal, sind es bestimmte Themen? Ist Storytelling für Sie etwas, was vor allem digital stattfindet? Sie haben auch schon gesagt, Sie haben auch schon über bestimmte Standards gesprochen, die für Sie sozusagen verhaftet sind mit dem Storytelling. Vielleicht können Sie nochmal so drei, vier Punkte, die für Sie Storytelling erfüllen müssen, damit Sie es als Storytelling anerkennen. Und sozusagen auch Storytelling, was für uns als Bildner spannend sein könnte. Also es muss vor allen Dingen eben ein Storytelling sein, das von Relevanz getrieben wird. Also eben nicht das leicht Erzählbare, sondern das, was ich erzählen will, das muss im Vordergrund stehen. Also der Themenkern. Und ich überlege mir dann, wie ich dieses Thema erzählend am besten vermitteln kann. Und daran anknüpfend überlege ich mir dann, wen muss ich da zu Wort kommen lassen? Welche Quellen benötige ich? Wer muss eine Rolle spielen? Und wer kann draußen bleiben? Weil ich ja in irgendeiner Weise natürlich auch für eine Vereinfachung Sorge tragen muss. Aber eben für eine Vereinfachung, die das Thema nicht verwässert, sondern die sozusagen das Thema auf einen Kernstrang bringt. Also sprich, es muss das Thema relevant sein. Und ich muss mir ganz genau überlegen, wer denn darin jetzt eine Rolle spielt, welche Positionen jetzt unbedingt und prioritär vermittelt werden müssen. Und dann muss ich mir überlegen, an welcher Stelle und in welcher Art und Weise binde ich das Publikum mit ein. Und das Publikum ist jetzt im Journalismus ein Medienpublikum. Aber das kann natürlich genauso gut ein Bildungspublikum sein. Also wie binde ich es ein? Wann lasse ich die Leute selber beitragen? Und wie stark sehe ich die Rolle des Autors? Und das digitale Storytelling weist auch ganz klar darauf hin, dass der Autor nicht der Alleinentscheidende ist. Er hat zwar die Fäden in der Hand wie ein Regisseur, aber er ist nicht der alleinige Erzählende. Und das ist ja etwas, was wir im Bildungsbereich, ich erlebe es ja selber natürlich auch als Journalistenausbilderin, genauso brauchen. Wir sind ja längst über die Zeiten hinaus, wo wir es toll fanden, diesen sogenannten Frontalunterricht zu machen. Also wo praktisch dann eine Person die ganze Zeit erzählt hat und die anderen, die durften einfach nur hinhören. Und ähnlich ist es jetzt auch über das Storytelling nochmals intensiviert, dass eben auch nicht nur der Autor, der Hauptautor eine Rolle spielt, sondern das Bildungspublikum, das journalistische Publikum trägt bei, trägt seine Expertise bei, gibt Rückmeldungen, fragt nach, wird eingebunden, kann beispielsweise dann auch, wie in dem vorherigen Beispiel des Networks-Projekts, kann dann auch für sich selber dann einen Profit rausziehen, indem man mal eine Vorstellung bekommt, wie wäre denn eigentlich mein digitaler Fingerabdruck. Also es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Interagieren, wo aber ganz klar ist, dass der Haupterzähler natürlich die Erzählstränge vorgibt. Also das sind drei Hauptbereiche, Thema, involvierte Akteure und der Publikumsdialog. Zwei Fragen, die sich für mich anknüpfen, nochmal um beim Thema zu bleiben. Gibt es bei Ihnen, gibt es Ihrer Meinung nach Grenzen, was das Thema angeht? Also Beispiel, jüngster Art, Attacken, Anschläge in Paris, ist das zum Beispiel ein Thema, was sich gar nicht für Storytelling eignet? Andererseits haben Sie auch schon selbst gerade einen Kriminalfall angesprochen, haben Fukushima erwähnt, haben Netwars, Cyberwars erwähnt, als Themenstrang, dass die eine Frage, gibt es Grenzen, was das Thema angeht? Und dann, weil Sie es gerade auch schon angesprochen haben, Sie selbst in der Lehre, wo setzen Sie denn Storytelling ganz konkret ein, um Ihre Studierenden zu aktivieren? Haben Sie da mal ein Beispiel für uns? Also zunächst mal zur Frage nach den Grenzen. Die Frage nach den Grenzen stellt sich beispielsweise bezogen auf den Zeitpunkt, wann ich denn ein Publikum mit einbinde, insbesondere beim Echtzeit-Storytelling. Also es gibt eigentlich ein anderes Beispiel, da sind zwei Bergsteiger auf Spiegel Online zugegangen und haben gesagt, ja, also wir wollen da eine Extremtour machen im Himalaya, wir wollen auf zwei Achttausender zwischen die Strecke mit dem Rad überwinden und ihr könnt in Echtzeit dabei sein, ihr kriegt auch unsere Geodaten und so weiter. Und das hat am Anfang wunderbar funktioniert und dann war es eben so, dass eine Lawine sich löste und einige dieser Bergsteiger verschüttet hat. Und man konnte im Grunde genommen da live dabei sein und das ist für mich so ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, dass man sich davor hüten muss, das, was einem technisch jetzt möglich ist, dann einfach auch zu nützen, nur weil es technisch möglich ist. Das heißt, ich habe Möglichkeiten, aber damit auch die Verantwortung für die Auswahl aus diesen Möglichkeiten. Ich muss ja nicht Echtzeit berichten. Und wenn ich das jetzt übertrage auf Terroranschläge wie in Paris, dann wäre natürlich niemals eine sinnvolle Erzählweise die, dass ich dann da während diese Attentate passieren dann einfach draufhalte und dann sozusagen eine Live-Erzählung mache. Das ist nicht das, was mit einem sinnvollen und relevanten Storytelling gemeint ist, sondern da würde es dann meiner Wahrnehmung nach ausschließlich um Voyeurismus gehen. Und da nutzt man dann einfach eine Technik, die einem das ermöglicht, ohne sich zu überlegen, was man denn damit alles bewirken würde. Das ist natürlich jetzt sehr nah und sehr dicht am Journalismus, aber vielleicht fallen unseren Usern ja auch Beispiele aus dem Bildungsbereich ein. Oft geht es darum, dass zum Beispiel beim Themen Schwerpunkt Holocaust andere Dinge möglich sind oder nicht möglich sind, die bei anderen Themen wieder möglich sind. Wie nah kann ich an Menschen und ihre Geschichten rangehen? Das würde mir jetzt vielleicht einfallen. Nochmal die Frage aufgegriffen, auch weil sich hier schon eine Bildnerin eingeschaltet hat, die auch gerne wissen möchte, Storytelling in meinem Unterricht. Wie setzen Sie es denn konkret in der Lehre ein? In zweierlei Art und Weise. Also zum einen, indem ich Storytelling unterrichte und zum anderen, indem man eben über bestimmte Geschichtenbeispiele Dinge erzählen kann. Also beispielsweise, vor allen Dingen auch im Bereich der Medienethik kann man sehr vieles erzählen über Geschichten, die passiert sind. Geschichten über Leistungen, über Fehlleistungen und daran eben auch bestimmte Zusammenhänge illustrieren. Also wenn ich beispielsweise illustrieren möchte, wie denn eigentlich der Unterschied zu sehen ist zwischen Pflichtethik und Nutzenethik, dann kann ich das machen, indem ich erzähle über die Veröffentlichung eines Bildes des ermordeten ehemaligen libyschen Diktators Gaddafi, indem ich dann sage, also pflichtethisch betrachtet würde man niemals so ein Bild veröffentlichen, weil da ist eine Leiche zu sehen. Nutzenethik gäbe es bestimmte Gründe, die dafür sprechen, solche Bilder zu veröffentlichen, indem ich beispielsweise sagen würde, das hätte einen dokumentarischen Wert. Ich kann aber auch komplett anders argumentieren und kann eben so eine Argumentation anhand einer Beispielgeschichte dann darstellen und sowas lässt sich natürlich auf viele verschiedene Bereiche dann übertragen, ob das jetzt beispielsweise eine historische Erzählweise ist, ob das zum Beispiel auch Bildikonen sind, die aus dem Vietnamkrieg erzählen oder ob das Bilder sind, mit denen der Holocaust illustriert wurde und veranschaulicht wurde. Da kann man das ganz genauso erklären und kann beispielsweise sagen, indem ich solche Bilder zumute, wo abgemagerte Häftlinge aus den Konzentrationslagern zu sehen sind, kann ich positiv erwartbare Folgen auslösen, und zwar jene, dass klar ist, dass Genozid dann ganz grauenhafte Folgen hat und damit auch bewirken, dass da ein Lerneffekt entsteht. Und pflichtethisch würde ich natürlich argumentieren können, sagen können, naja, also solche Bilder sind an und für sich nicht zumutbar. Sie sind aber zumutbar eben vor dem Hintergrund, dass ich pädagogisch davor warmen möchte, vor dem, was passieren kann, wenn sich bestimmte politische Richtungen durchsetzen. Aber vielleicht noch mal verständnishalber nachgefragt, wenn Sie jetzt einen Storytelling-Ansatz in der Lehre wählen, gerieren Sie sich dann anders als Erzählender? Also wählen Sie einen anderen Sprachmodus? Wählen Sie andere Einstiege? Können Sie das vielleicht noch etwas haptischer machen? Und wir hatten hier auch noch die Frage einer Userin, Sie haben erwähnt, Akteure oder Zielgruppen involvieren. Wie genau geschieht das? Also die konkrete Userfrage ist, wie motiviert man denn diese Akteure, die sich beteiligen sollen? Das ist jetzt die Frage einer Lehrenden, die oft dann sozusagen Schüler, Schüler, Jugendliche vor sich sitzen hat. Also Motivation von jenen, die vor einem sitzen, ich versuche das, indem ich die Leute auffordere, eben sich in eine andere Rolle zu begeben. Also beispielsweise sich vorzustellen in dem vorherigen Beispiel, Sie sitzen in der Redaktion und müssen jetzt aus diesem Bildmaterial das herausgreifen, was Sie dann veröffentlichen wollen. Oder indem ich beispielsweise, wenn es um die Geschichten, um Geschichten geht, wie man über Amokläufe berichten kann, versuche ich eben den Rollenwechsel. Ja, wie wäre das jetzt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt in einer solchen Schulklasse, Sie schlagen am nächsten Tag die Zeitung auf und sehen das, was Sie jetzt da sehen. Wie wäre das aus der Rolle heraus? Also ich versuche das sehr stark über einen Rollenwechsel, über das, dass dann die Studierenden eine andere Rolle einnehmen oder aber auch die Rolle eines Gutachters einnehmen, der beide Seiten abzuwägen hat, der abzuwägen hat, was denn eigentlich dafür spricht, etwas so zu machen oder was dafür spricht, etwas anders zu machen. Und weil Sie gefragt haben, ja, inwiefern sich dann da die Erzählstimme ändert, im Grunde genommen nicht wirklich, sondern eher so, dass ich da teilweise dann auch in Etappen vorgehe, also immer noch eine Information dazugebe. Also beispielsweise, jetzt ist es wieder ein anderer Fall, auch aus dem Feld der Medienethik, weil ich da sehr viel über Erzählung machen kann, wenn man sich vorstellt, es kommt in die Redaktion eine ziemlich aufgelöste Frau, die über ihren Bürgermeister erzählt, der würde mit irgendwelchem Büromaterial nach ihr werfen. Und dann kommt immer eine Information noch dazu, ja, der Bürgermeister steht kurz vor der Wiederwahl. Ja, die Frau, die war schon bei diversen Therapeuten, hat auch schon anderweitig Hilfe gesucht und will jetzt eben die Hilfe der Öffentlichkeitsanwälte, wenn man so will. Also auch darüber, indem man sozusagen immer wieder einen Erzählpeaks setzt, kann man einiges dann vermitteln und auch vermitteln, wie sich Geschichten verändern, wenn bestimmte Informationen dazugegeben werden. Was jetzt die konkrete Gestaltung, also wie erzählt man eigentlich angeht, haben Sie ja sowohl heute in Ihrer Einführung als auch im Interview mit Werkstatt-dpb.de deutlich gemacht, dass eigentlich nach wie vor das klassische Erzählmodell eine große Rolle spielt. Also es gibt eine Expositio, man macht ein Problem auf, man formuliert eine Lösung und haben, also das nur als noch mal kleiner Hintergrund, wer das nachhören möchte, das findet sich sozusagen im Interview bereits und haben im Interview auch deutlich gemacht, dass durch die Digitalisierung dann noch mal ganz neue Chancen entstehen und der Journalismus hier auch vielfältige Formen ausentwickelt hat, sozusagen Pausen zu setzen, Lösungen nicht gleich zu formulieren. Etwas, was Sie nur angedeutet haben im Interview und das würde ich jetzt gerne in diesem Blog vielleicht als erst mal vorerst letzte Frage stellen, um dann noch auf einige User-Fragen zu kommen. Etwas, was Sie nur angedeutet haben, ist, durch die Digitalisierung haben wir ganz neue Chancen der Interaktivität, aber da ist noch viel Luft nach oben. Können Sie dazu noch mal etwas sagen, was beobachten Sie und was würden Sie sich wünschen, wo sehen Sie noch Entwicklungsbedarf? Das ist das, was mittlerweile bei einigen Projekten jetzt auch zunehmend umgesetzt wird. NetWars ist da eben ein Beispiel dafür, dass dann also der Publikumsbezug ganz bewusst geschaffen wird und man auch bewusst dieses Publikum nicht irgendwie so dranhängt, sondern es spielt eine wirklich aktive Rolle. Es ist gefragt und die Expertise ist gefragt und an der Stelle, dass man also von Anfang an das Publikum mitdenkt und dem Publikum von Anfang an eine Rolle gibt, an der Stelle meinte ich, da sei noch Luft drin, weil in vielen Geschichten, diesen auch anfänglichen Multimedia-Geschichten war es eigentlich so, dass da vor allen Dingen eine Begeisterung jetzt beispielsweise von Redaktionen da war, für diese Art des Erzählens und man das Publikum eigentlich eher so in der Rolle sah von jenen, die da jetzt begeistert zu sein hatten. Und das ist natürlich eine mögliche Rolle, aber das ist zu wenig, weil wir haben ein Publikum, in dem auch sehr viel Expertise steckt, sehr viel Wissen steckt und dieser Austausch, der müsste meines Erachtens noch viel stärker von Anfang an mit eingeplant werden. Also Sie meinen, das Publikum ist noch viel zu sehr auch bei digitalen Angeboten in der Rolle der Konsumenten und gestaltet noch gar nicht ausreichend mit. Oder kennen Sie schon ein Beispiel, wo Sie sagen, das geht schon deutlich weiter, als dass ich entscheide vielleicht nur über einen Klickpfad und ob ich von diesem Foto bewege oder Sie hatten vorhin so ein Beispiel, ich kann zwischen drei Perspektiven, sage ich mal, wählen. Kennen Sie auch schon gute Beispiele, wo das Publikum miterzählt, etwas weitererzählt? Also das ist gerade alles im Werden, es gibt erste Ansätze, aber also da würde ich jetzt eigentlich noch nichts wirklich rausgreifen können. Es gibt es am ehesten noch im Bereich des transmedialen Erzählerns, aber das schafft uns dann nochmals eine neue Komplexität, wo ich dann aber auch, ja da brauche ich also verschiedene Medienkanäle und eine Geschichte setzt sich dann in den einzelnen Medienkanälen nochmals in anderer Weise fort und ich bekomme dann verschiedenartige Varianten. Also mir geht es da eigentlich eher darum, dass das im Kleinen jetzt zunächst einfach auch immer mitgedacht wird, dass also nicht nur die Akteure innerhalb einer Geschichte, sondern auch die Erzählenden gleich von vornherein mitgedacht werden. Das halte ich für etwas sehr, sehr Wichtiges und das kann man im Grunde genommen machen, das geht vielleicht auch nochmals auf eine Frage zurück, die Sie vorhin gestellt haben über Erzählkonzepte. Also man hat ja im Grunde genommen drei zentrale Erzählkonzepte. Das erste ist die Mindmap, also dass man in der Mitte das Thema hat und von dort aus führen dann verschiedene Äste zu allen möglichen Orten, zu möglichen Helden, zu weiteren Rollen, aber auch eben zum Publikum, zu diversen Handlungen, zu diversen Faktenbereichen und wenn ich über so eine Mindmap vorgehe und dort auch wirklich einen ganz dicken Ast in Richtung Publikum habe, dann kommen auch Ideen und dann wird es nicht irgendwie so angehängt, sondern dann ist das eben ein Teil dieses Geschichtenbaums, der dann da entsteht und da ist dann eben auch ganz wichtig, dass dieser Ast auch mir eines gewährleistet und zwar, dass ich an dem Vorwissen des Publikums andocke und nicht irgendwie eine Geschichte erzähle, sondern eine Geschichte erzähle, die bewusst auch mit der Lebenswelt des Publikums zu tun hat und da ist eben eine Möglichkeit, in dem ich sage, ich erzähle nicht einfach nur irgendwie, sondern ich mache das von vornherein strukturiert, planmäßig, indem ich beispielsweise nach dem Konzept einer Mindmap vorgehe oder es gibt noch zwei ganz zentrale Alternativen, die eine Alternative ist diese berühmte Leiter im Kopf, also dass man verbindet das Abstrakte mit dem Konkreten, mit dem, was andockt an die Lebenswelt des Publikums und von dort aus dann ins Abstrakte, also ins Faktische dann geht und da immer hin und her wechselt, dass man immer wieder direkt auch beim Publikum dann ist und Sie haben uns ja Folien eingereicht, kann ich die kurz mal einblenden, weil ich glaube, da steht das auch mit drauf, ja? steht es mit drauf, ja gerne. Vielleicht um das ein bisschen haptischer zu machen für alle Zuschauer, genau, hier, ich scrolle das mal runter. Das ist, ja, also das sind so, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, eine kleine Navigationshilfe und das ist das, was hier auf diesen Folien drauf ist, dann sind es vor allen Dingen eben diese drei Bereiche, also der eine Bereich, über den haben wir aber eigentlich auch gesprochen, das ist der Bereich der Selbstreflexion, wie will ich etwas erzählen, warum will ich es erzählen, also da haben wir ja drüber gesprochen, was ein Missstand ist, der offensichtlich wurde oder warum auch immer, mit welchen Werkzeugen und das ist vielleicht auch nur etwas, was gerade durchs Digitale noch besonders wichtig ist, dass wir es hier betonen, es gibt unzählige Werkzeuge mittlerweile und es ist einfach entscheidend die zu nutzen, die jeweils wirklich nützlich sind und so wie auch im Handwerk, so wie auch eben im Haushalt, man nimmt eben einen Hammer, um einen Nagel einzuschlagen, damit man ein Bild aufhängen kann und wer sie eben verleiten lässt, einfach mit den Instrumenten zu spielen, der erzeugt dann praktisch sowas, wie wenn man beim Gestalten einer Wand mal ein paar Schrauben eindreht, mal ein paar Nägel einhaut, mal irgendwie ein bisschen mit dem Pinsel rummacht, alles was so im Werkzeugkasten drin ist und da kann man sich leicht vorstellen, da wird nicht wirklich eine Gestaltung draus, sondern es wird ein irgendwelches Chaos und eben der zweite Punkt außer der Selbstreflexion ist dann das planmäßige vorgehen, das ist das, was jetzt auf der nächsten Folie dann kommt, dass man dann sagt, nach welchem Plan, also was ist denn mein Erzählziel, was ist meine zentrale Frage, welche Figuren, welche Konflikte entstehen, wann entsteht ein Umschwung in dieser Geschichte, welche Heldenreisen entstehen, also sowohl für die Protagonisten der Geschichte, als auch eben für das Publikum, das ja teilweise dann mitleidet, mitgeht und eben wie erzähle ich eine Geschichte so, dass das Publikum sie dann wirklich auch will und das ist das, was der dritte Punkt ist dann der, also Erzählkonzept ist dann der Punkt, über den wir gerade praktisch auf die Folien gekommen sind, da ist dieses Erzählkonzept der Mindmap aufgeführt und da ist dann auch dieses Erzählkonzept der Leiter im Kopf aufgeführt, wo ich noch auf ein Begriffspaar hinweisen möchte, also es geht einfach darum, dass ich über das Zeigen, also über das konkrete Beispiel, über das Showing mehr erreichen kann oft als über das reine Berichten, über das reine Telling, aber es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist nicht damit getan, dass ich nur zeige, dass ich nur ein Beispiel an das andere Reihe und es ist auch nicht damit getan, dass ich einfach nur berichte, sondern es geht da um die Kombination und die dritte Möglichkeit eines Erzählkonzeptes ist dann die der klassischen Spannungskurve, das ist das, was Sie vorhin auch angesprochen haben, also dass man beispielsweise etwas einfach entlang einer leitenden Szene erzählt, die immer wieder unterbrochen wird durch diverse Einschübe, wo es einmal in die Vergangenheit zurückgeht, was dann einmal in ein allgemeineres Faktenthema geht und so weiter, eigentlich der klassische Reportagenerzählstrang. Hier gibt es noch eine Userfrage, ganz konkreter Art, dieses PDF können wir auch weitergeben, das könnten wir nochmal auf die Website auch machen zum Download. Ja. Vielleicht nochmal, um das einmal haptischer zu machen, so ein ganz typischer Fall, der uns auch von Lehrenden immer wieder berichtet wird, ist eine neue Unterrichtseinheit soll begonnen werden zum Thema Zweiter Weltkrieg, ein Lehrender bringt ein Foto seines Großvaters mit, das den Großvater in Uniform zeigt und möchte daran Verschiedenes zeigen, erzählt etwas über die Biografie seines Vaters. Passt das schon zu einem der Erzählkonzepte, die Sie hier gezeigt haben, die Sie hier vorgestellt haben? Oder wie könnte man, welches der Erzählkonzepte würde sich da müssen? Zu jedem, also man könnte da, ja, also wenn man es jetzt beispielsweise über die Leiter macht, dann würde man jetzt als erstes Mal dieses Foto zeigen, dann die Uniform zeigen und dann praktisch sagen, das sind die Uniformen, die jetzt die und die Rang, den und den Rang bedeutet haben, das spielte die Rolle und das Militär spielte jene Rolle. Also ich komme dann praktisch von einer konkreten Person über deren Kleidung in einen Teilbereich eines Regimes. Wenn ich das anders machen würde, also wenn Sie da anfangen, ja, die Wehrmacht hat, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, da dann wirklich eine Klasse oder überhaupt ein Bildungspublikum dann zu interessieren und da sind das eben ganz wunderbare Möglichkeiten zu beginnen. Und man könnte jetzt beispielsweise, wenn man es über so eine Spannungskurve macht, dann immer über mehrere Bereiche dieser Uniform dann diverse Facetten eines Regimes aufzeigen, also sozusagen über diese leitende Szene Uniform dann weitergehen und daran einiges weiteres dann erzählen. Und wie könnte denn, das war auch eine konkrete Frage eines Lehrenden, wie könnte der Lehrende jetzt verhindern, dass er zum Geschichtenoper verkommt und was wäre jetzt die Möglichkeit da vielleicht die Schüler einzubinden? Beispielsweise, indem man dann versucht zu fragen, naja, und was, also das ist eine Form von Uniform, was sind jetzt der heutigen Uniformen, was beobachten sie in ihrem eigenen Umfeld, erzählen sie mal, also indem man genau das macht, und das meinte ich auch mit Andocken und mit Publikum bewusst einbinden, dass man das, was man selber erzählt, dann gleichzeitig dann auch noch in die Erzählperspektive des Publikums gibt, also dass das Publikum dann sozusagen ähnliche Geschichten erzählt und dadurch zu einem Gesamten beiträgt, also was heißt beispielsweise Uniformierung, inwiefern hat man es damit auch mit Einschließen und Ausschließen aus einer bestimmten Gruppe zu tun, inwiefern verschafft das eine bestimmte Gruppenidentität, welches Gefühl entsteht dadurch, das ist ja etwas, was man eben über das Geschichtenerzählern ganz prima leisten kann, dass man nicht nur Fakten vermittelt, sondern eben Eindrücke und auch ja tiefere Wahrnehmungen, die sich in uns ganz anders festsetzen, wenn man dann plötzlich auch ein Gefühl dafür bekommt, was heißt das denn eigentlich, uniformiert sein und warum fühle ich mich in einer Gruppe, in der ich genau den Modestil trage, den die anderen tragen, möglicherweise einfach ja besser aufgehoben und zu was ermächtigt mich das oder zu was fühle ich mich da möglicherweise ermächtigt, es gibt ja da auch einen wunderbaren Film, der jetzt gerade an dem Thema da andockt, die Welle, wo gezeigt wird, was denn eigentlich eine komplett und illustriert einer komplett anderen Uniform, einfach nur ein weißes Hemd, einfach nur eine Jeanshose, was da an analogen Verhaltensweisen dann plötzlich, wenn man es missbraucht, dann daraus entstehen kann. Also man hat da vielfältige Möglichkeiten anzudocken an der direkten Lebensumwelt und anzudocken eben an dem, was historisch überliefert ist aus ganz verschiedenartigen Kontexten. Frau Prinzing, erstmal vielen Dank, dass Sie sich auf das Beispiel hier eingelassen haben. Wir haben zum einen an der Seite jetzt nochmal so einen Kommentar von Regina Schulz, die einfach nochmal kurz zusammenfasst, wie sozusagen ihre Realität, ihr Lebensalltag als Lehrende aussieht, was sie im Geschichtsunterricht sozusagen alles können und leisten muss, ergänzend zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wen das interessiert, in welchen konkreten Lernbereichen man Storytelling einsetzen kann aus Sicht eines Didaktikers, wir haben einen zweiten Web-Talk geführt mit Herrn Helmut, den man auch auf Werkstatt-bpb.de findet, Wolfgang Helmut. Genau, den Link kann vielleicht meine Kollegin Lisa auch nochmal hier einspielen gleich im Chat. Ich würde jetzt gern nochmal zu zwei, drei weiteren Userfragen kommen, die uns noch über unsere Homepage erreicht haben, bevor wir hoffentlich noch zwei Minuten Zeit haben für konkrete Tipps im Bereich Los geht's. Frau Prinzing, also eine Frage betraf ganz konkret die Frage nach empfehlenswerten Softwareangeboten im Bereich Storytelling. Ist Ihnen da schon etwas begegnet? Sie haben ja auch selbst einen Blog, Sie probieren vielleicht auch das ein oder andere selbst aus. Gibt es irgendwas, was Sie empfehlen können, was Sie kennen? Die Frage war konkret, welche kostenfreie Storytelling-Software ist zu empfehlen? Also das ist gerade das, wozu ich eben eine ganze Linkliste vorbereitet habe. Da gibt es einiges dazu und da ist wirklich mittlerweile vor allen Dingen nur Ermutigung sinnvoll. Also es gibt zu eigentlich fast allem wunderbare Tutorials dazu, die man wirklich auch sehr gut verstehen kann. Es gibt Werkzeuge für beispielsweise Timelines produzieren, für beispielsweise einfache Scrolletelling Formate, für beispielsweise Karten, die man gestalten kann und so weiter und da würde ich eben gerne oder würde es für sinnvoll halten, wenn jeder, der da einsteigen möchte, einfach mal probiert, reinklickt und schaut, dass er da dann eben selber mal das ausprobiert. Also ja, ich glaube, wir können jetzt schlecht ein Tutorial dann machen. Also wie gesagt, wenn vielleicht auch einem der User irgendwas bekannt ist, wo er sagt, es gab auch so eine Frage nach, ja, wo gibt es sozusagen Software, die auch, wo ich weiß, der Anbieter nutzt meine Daten nicht für Drittzwecke und geht mit den Daten meiner Leser gut um. Also wenn auch aus dem User-Kreis da jemand noch was bekannt ist, genau, ich weiß nicht, Frau Prinzing, inwiefern das auch in dem, in ihrem Praxishandbuch demnächst eine Rolle spielt, konkrete Tools, würde man dort was finden? Das spielt eine ganz große Rolle und zwar Tools jetzt, was das Ausstellen von Audio-Slide-Shows angeht, was das Ausstellern von ja, Vorher-Nachher- Bildern beispielsweise angeht, also das kann man ja auch gerade bei historischen Darstellungen wunderbar verwenden, dass man Fotos macht vom gleichen Standort aus und dann kann man das über ein ganz einfaches Tool kann man das dann übereinander legen und kann dann vorher-nachher-Vergleiche ziehen und also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und wie gesagt, also das spielt eine große Rolle im Ausprobieren das ist aber etwas, was eigentlich nicht das ist, was im Vordergrund steht, sondern das sind einfach Instrumente, die man anwenden muss. Das Wichtige ist meiner Auffassung nach, dass man ein Konzept hat und das Wichtige ist nicht mehr, dass man irgendwie ganz viele Handwerkszeuge sich mühsam beibringt, weil es einfach gar nicht mühsam ist und das ist eigentlich die beste Nachricht, die jetzt eben über das digitale Storytelling dann möglich geworden ist. Wir haben hier eine Vielzahl an Instrumenten, die alle wirklich sehr einfach anwendbar sind. Genau, auch nochmal ergänzend, weil gerade die Frage kam, Tools, oh ja, habt ihr diese Linkliste? Also Sie haben uns ein ausführliches PDF zur Verfügung gestellt und das werden wir sozusagen auf der Website bereitstellen. Ja, genau. Dann noch eine Frage, die uns auch von einem User erreicht hat, nochmal ganz konkret, Storytelling im digitalen Raum, besteht bei einem übermäßigen Einsatz von Multimedia-Elementen nicht die Gefahr, den inhaltlichen Fokus zu verlieren oder andersherum gefragt, was ist das richtige Maß? Was ist das richtige Maß? Ich hätte gerne eine 50-50-Antwort oder eine, nein, ich weiß. Sind Ihnen vielleicht Beispiele bekannt, wo Sie sagen, das ist komplett in die Hose gegangen, 80 Videos, die alles andere überfrachten oder sagen Sie, gucken Sie sich das Beispiel an, das ist alles richtig? Ich denke, wenn man wirklich, so wie wir es vorher auch anhand dieser Folien, dieser Slides besprochen haben, wenn man über die Geschichte geht und über das, was man erzählen möchte, dann kann es nicht zu viel werden. Wenn man umgekehrt vorgeht und sagt, ich kann sowas, ich kann eine Timeline, ich kann dieses, ich kann jenes, ich möchte das alles jetzt mal einfach, was ich da kann, zeigen und ich möchte mit dem allem spielen, dann steht ja praktisch dieser, ja, Spieltrieb mit den Instrumenten im Vordergrund und dann kann eine Geschichte meiner Auffassung nach nicht gelingen. Wenn ich aber umgekehrt vorgehe und praktisch über den Kern der Geschichte gehe und sage, und womit kann ich das jetzt am besten erzählen, dann ist die Gefahr relativ gering, dass ich dann da einfach nur ins Herumbürbeln mit irgendwelchen, ja, möchte ich mal sagen, mit irgendwelcher Digitalakrobatik, dann brillieren möchte und dann verliere ich auch das, was ich eigentlich will, nämlich wie gesagt, das Erzählen einer Geschichte ist dann nicht mehr gegeben. Dann noch eine letzte Userfrage, bevor wir noch zu zwei finalen Tipps, ich reduziere schon immer von drei auf zwei, das ist auch eine Frage, die wir im Interview mit Ihnen angesprochen haben, wie vertragen sich Wissenschaft und Emotionen, wie viel Emotionen verträgt Journalismus, also nochmal nach diesem Zugang, Rationalität, oder nach, ja, wie viel Rationalität, wie viel Emotionen vertragen wir im Journalismus und im Bildungsbereich? Was spricht da für eine Dosierung? Also auch da ist es so, es gibt bestimmte Geschichten, zu denen gehört einfach die Emotion dazu und ich sehe das manchmal mit Sorge, dass man also jetzt vor Gefühlen Angst haben muss. Allerdings ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine Verantwortung darin zu sehen, dass man Gefühle dann überhöht und dass man diese in den Vordergrund stellt, aber auch da halte ich es für sehr schwierig, da jetzt einfach sozusagen eine Dosis dann zu benennen, die jetzt da die bestmögliche Dosis sein sollte. Das verstehe ich irgendwie nicht, das kann nicht gelingen. Das kommt vielleicht auch aus so einem Kontext, viele, die an deutschen Universitäten studiert haben, werden immer, also es gibt so eine gewisse Furcht vor vielleicht auch unterhaltsamen Zugängen zu wissenschaftlichen Themen, das wäre vielleicht das eine und so aus dem Bereich der politischen Bildung, Stichwort Beutelsbacher Konsens und Überwältigungsverbot, also auch Lehrende wollen natürlich nicht, dass ihre Schüler weinend im Klassenraum sitzen, Sie haben ja vorhin selbst aus dem Beispiel angebracht, genau, also vielleicht aus diesem Kontext kommt. Ja, aber es geht ja nicht um eine Dramatisierung, sondern es geht darum, dass man einfach einen anderen Zugang verschafft zu Wissen und das ist eigentlich gerade auch im Bereich der Wissenschaft etwas, das seit langem als Konzept besteht, aber natürlich umstritten ist, wie nahe man denn eigentlich in der Vermittlung an das Publikum gehen soll, Public Understanding of Science, ich bin der Auffassung, das kann man sehr stark über Gefühle machen, aber nicht über eine Gefühlsüberdosis, sondern indem man einfach andockt an, ich benutze diesen Begriff nochmals, andockt an der Lebenswelt und damit auch an einer gewissen Alltagsemotionalität, aber gleichzeitig eben die Verantwortung, ganz klar und sensibel wahrnimmt, nicht zu sensationalisieren. Das ist dann das, was sicher nicht das Ziel von Geschichtenerzählern sein kann, dass sie haben das Bild geprägt, dass dann die Schulklasse weinend dasitzt, sondern sie muss betroffen sein, sie muss berührt sein, aber es geht nicht darum, dass man jetzt dann zerfließt vor Tränen oder praktisch einfach nur noch erschrickt und schlottert vor Angst. Das gehört sicher auch zu einem verantwortungsorientierten Erzählern dazu, dass man da sagt, berühren, ja, aber jetzt nicht über Gebühr zu emotionalisieren. Man kann da jetzt nicht eine optimale Dosis angeben, aber ja, maßhalten. Emotionen als Türöffner, also ja, ich würde ja noch mal zu unserem letzten Punkt kommen. Wie können denn jetzt vor allem Lehrende, die sozusagen nicht jeden Tag mit der Sprache, dem Erzählen, dem genauen Überlegen, in welcher Position sie stehen, zu welchen Zielen oder das müssen sie schon reflektieren, mit welchen Zielen sie was erreichen wollen, aber wie können jetzt konkret loslegen, wenn die sozusagen ihr Storytelling verbessern oder überhaupt erstmals sich in dem Bereich Storytelling bewegen wollen? Also ich würde da eben so vorgehen, dass ich mir so einen Grundwerk Kasten dann besorge. Also das ist jetzt ein Beispiel, was wir da ja dann zur Verfügung stellen wollen. Da gibt es aber natürlich viele andere auch und würde dann einfach mal das eine oder andere ausprobieren. Also beispielsweise, wenn ich was auf einer Zeitleiste zeigen will, dann würde ich mit dem Werkzeug anfangen. Es gibt Timeline, das ist ein Werkzeug, das vom Nightlab, der Northwestern University in Chicago entwickelt worden ist und das ist Open Source, also kostet gar nichts und da wird auch auf der Website die Handhabung Schritt für Schritt erklärt. Da muss man Daten, da muss man Texte, Links und so weiter in so ein Google-Template eingeben und füllt das dann in passende Spalten ein, versieht das mit Anfangs- und Schlusszeitpunkten und kann einen Link erstellen und hat dann da praktisch eine Geschichte erzählt als Timeline und kann das mal so dann auch im Unterricht präsentieren und hat dann mal mit einem Werkzeug dann Erfahrung gesammelt. Wie kann ich das einsetzen? Was kann ich damit illustrieren? Was kann ich da beispielsweise dann damit zeigen? Ich habe in dieser Liste jetzt natürlich etliche Beispiele aus dem Journalismus drin, einfach deswegen, weil die leicht anklickbar sind und weil man sich da dann wirklich anschauen kann, was sind denn da eigentlich für Möglichkeiten und ganz einfach dann einen Transfer herstellen kann auf etwas, was ich im Unterricht dann vermitteln möchte. Ist das ein Werkzeug, das, wo ich etwas ganz Ähnliches vermitteln möchte, nur bezogen auf ein anderes Thema und da gibt es natürlich jetzt aus konkreten Unterrichtssituationen gibt es da keine frei verfügbaren Beispiele, deswegen sind es Journalismus Beispiele, aber das sind keine Beispiele, die sich ausschließlich jetzt für journalistische Themen eignen würden, sondern ganz im Gegenteil, das kann man auf sehr viele Bildungsthemen dann ohne Mühe übertragen und meine Empfehlung ist eben, da jetzt nicht zu denken, um Himmels Willen, ich muss jetzt 20 Werkzeuge kennen und können, bevor ich erst mal, bevor ich überhaupt anfangen kann, sondern einfach mal eines rausgreifen, damit rum experimentieren, es mehrfach einsetzen und dann, wenn das sitzt, sich überlegen, Mensch, ich bräuchte eigentlich für dieses oder jenes eine bestimmte Art und Weise, wie ich es besser visualisieren kann und dann eigne ich mir das nächste Werkzeug an. Also da jetzt sich nicht irre machen lassen davon, dass es wirklich eine ganze Fülle an Werkzeugen gibt, sondern umgekehrt sagen, ich kann jetzt das, ich kann jetzt jenes und das einfach auch damit erweitern. Ich glaube auch umgekehrt, also eine Schulklasse wäre, glaube ich, komplett erschlagen, wenn dann die Lehrerin, wenn dann der Lehrer dann plötzlich mit einer digitalen Supershow daherkäme, das wäre sicher dann einfach zu viel. Das verkraftet man dann auch wiederum als Bildungspublikum nicht mehr. Frau Prinzing, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich insgesamt für alle Ermutigungen, für alle Tipps. Wir werden die Linkliste, wie gesagt, bereitstellen auf Werkstattppb.de. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, empfehle nochmal dringend auch in das Interview reinzuhören, das wir mit Ihnen geführt haben. Da wird nochmal einiges auch ergänzt, vertieft. Möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass der nächste Web-Talk von Werkstattppb.de erst im neuen Jahr stattfindet. Das ist aber insgesamt mehr Interviews und Beiträge zum großen Thema Storytelling und auch Historytelling. Wie sieht ganz konkret das Erzählen von Geschichte aus heutzutage? Wie kann ich das als Bildnerin zeitgemäß einsetzen? Dass es dazu noch viel weiteres Material auf Werkstattppb.de gibt, dort unter einem ganz eigenen Themenschwerpunkt Historytelling. Und in eigener Sache noch ein letzter Hinweis. Wir haben am 26.11. unsere nächste Community-Veranstaltung. Das ist ein Speedlab, eine Mikrokonferenz, ganz schneller Art, in Kassel am 26.11. zum Thema digitale Inklusion. Vielleicht hat der ein oder andere Zeit und Lust, sich dafür noch anzumelden. Und auch dazu wird es Online-Materialien geben. Frau Prinzing, für heute und hier an Sie einen ganz herzlichen Dank und ganz herzliche Grüße nach Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich und natürlich allen, die sich in den Chat eingeschaltet haben. Dankeschön. Auf bald. Auf bald.